Ich hoffe, dass mein Medienkonsum sich ein bisschen rückentwickelt, weil ich glaube, bei mir ist es schon ein bisschen an der Suchtgrenze. Ich hänge tatsächlich von 24 Stunden am Tag vielleicht so 15 bis 18 Stunden am Handy oder irgendwo auf Twitter und konsumiere Medien. Ja, aber ich arbeite jetzt daran. Also ich bin sehr konservativ, wie Sie sehen. Und es wird sich nicht maßgeblich verändern, mein Medienkonsum. Es wird sich aber natürlich mit den Angeboten, die immer umfassender werden, die immer schneller und natürlich auch interessanter werden, ein bisschen verändern. Aber grundsätzlich habe ich vor, mich den Büchern weiterhin analog zu widmen. Mein Medienkonsum wird so aussehen, dass ich in Zukunft wahrscheinlich noch mehr mobil die Zeit verbringen werde, Inhalte zu konsumieren. Einerseits ist er jetzt schon viel mehr am Handy und auch mehr On-Demand. Also, dass ich den Fernseher jetzt einschalte, ist schon relativ unwahrscheinlich. Wenn, dann schaue ich halt das, was ich sozusagen geplant habe, zu schauen. Und ich glaube, was für mich ganz spannend ist, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht in seiner eigenen Blase stecken bleibt, sondern auch hin und wieder drüber hinaus schaut. Der Medienkonsum, also ich bin ein konservativer Mensch in der Hinsicht. Ich habe gerne noch Papier in der Hand, also Zeitungen, Zeitschriften. Aber ich sehe, dass die Online-Information weiter voranschreitet und ich bin auch schon vertraut mit diesen Medien. In Zeiten der Digitalisierung muss man auch entlernen können, bisherige Erfahrungen ablegen können und sehr flexibel sein in der Annahme von neuem Wissen und neugierig sein. Dann. Dann.